Ich bin mir sicher, dass noch Scorestreaks hinzukommen werden, vielleicht werden auch welche von den jetzigen entfernt, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht so, also ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass noch Scorestreaks hinzugefügt werden. Und ja, ich wollte euch wie gesagt in dem heutigen Video einfach mal darüber informieren, welche Scorestreaks momentan in Black Ops 3 drin sind. Als erstes haben wir da das HCX-D, das ist quasi das neue RCX-D aus Black Ops 2 und also quasi so eine kleine rumfahrbare Drohne, mit der ihr halt so rumfahren könnt. Das HCX-D kann dann allerdings auch etwas schweben und auch an Wänden entlangfahren, also das finde ich ziemlich cool, dass man dann damit so noch aktiver, ein bisschen besser rumfahren kann als mit dem HCX-D. Da die Maps halt etwas vertikaler noch aufgebaut sind als in Black Ops 2, ist das halt auch wahrscheinlich relativ wichtig und dann auch gut zu gebrauchen. Aber ja, ist bestimmt auch ganz lustig damit rumzufahren, obwohl ich jetzt glaube, dass das wie das HCX-D jetzt nicht wirklich stark sein wird. So, außerdem wird es noch das Raid geben. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie man das ausspricht, aber es steht hier, dass es ähnlich wie die Hunter-Killer-Drohne ist, also ähnlich wie in Black Ops 2 die Hunter-Killer-Drohne war, also irgendetwas Fliegbares, was man dann wirft, was dann automatisch irgendeinen Gegner spottet und dann vor dem explodiert, so ähnlich stelle ich mir das dann halt vor, so wie die Hunter-Killer-Drohne. So, außerdem wird es noch das Mothership geben und das ist momentan, also in der momentanen Black Ops 3 Version, die höchste Killstreak, die man erreichen kann, beziehungsweise Scorestreak. Ich weiß gar nicht genau, wie das später funktionieren wird. Ich schätze aber mal Scorestreaks. Auf jeden Fall, das ist quasi die höchste Streak, die man erreichen kann und die ist ähnlich wie die VTOL, allerdings können das auch noch andere Leute benutzen. Also es gibt, dass drei Leute das bedienen können, drei Leute aus seinem Team. Das ist ja dann ähnlich wie in Ghosts, glaube ich. Da gab es einmal, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie die heißt, diese Paladin, glaube ich, war das. Ja, ich glaube Paladin, wo auch dann noch andere Leute reingehen konnten. Also quasi der Typ, der die erreicht, hat dann quasi das beste Geschütz und die anderen Typen haben dann noch etwas schlechtere, also etwas schwächere Geschütze, aber können es halt trotzdem steuern. Ja, es soll auf jeden Fall relativ stark sein. Ist dann auch klar, wenn das halt die höchste Killstreak ist. So, außerdem wird es noch die Reps geben und das ist dann quasi das so Bälle. Die sind sogar mal kurz im Reveal-Trailer gezeigt worden. Da blende ich euch mal das Bild so ein. Das sind so rumfahrbare, also rumrollbare Spike-Drones quasi, die dann so rumrollen und dann auf irgendwelche Leute drauf fliegen. Also ähnlich wie das quasi die Hunde in Black Ops 2 waren. Also so gesehen ähnlich, dass es halt viele kleine Sachen sind, die dann irgendwelche Leute jagen. Also natürlich sind es keine Hunde, aber es funktioniert halt so ähnlich wie Hunde, sage ich jetzt mal. Und ja, deshalb, das ist momentan halt auch in der Version von Black Ops 3 drin. Dann gibt es als letzte Streak noch die GR-Unit und das ist so ein Roboter, der allerdings aussieht wie ein Mensch. Und also man kann es quasi auch Bot nennen. Und das ist dann quasi ein Bot, der euch beschützt, der dann mit euch rumläuft. Also ein Bot ist quasi wie ein ganz normaler Spieler, der allerdings vom Computer gesteuert wird. Der kann dann quasi, ja, bei euch immer so rumlaufen und euch so ein bisschen unterstützen. Da weiß man jetzt auch noch nicht, ob der gut sein wird, weil bisher in Call of Duty waren die Bots ja meistens eher so ein bisschen, dass sie einen eher so ein bisschen genervt haben und so, dass sie nicht wirklich geholfen haben. Aber vielleicht ist der dann jetzt auch relativ gut. So, das sind wie gesagt die momentanen Killstreaks. Es sind jetzt relativ wenig, aber wie gesagt, das ist noch ein Pre-Alpha-Bild. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch mehr hinzukommen werden. So, außerdem haben wir noch einen kleinen Hinweis bekommen über eine mögliche Nuke in Black Ops 3. Und zwar hat David Wonder dazu auf Twitter geantwortet, als jemand geschrieben hat, dass er gerne eine 25er-Killstreak hätte, die quasi auch einen Effekt hat. Also nicht wie die Black Ops 2-Nukleärmedaille, dass man die einfach nur bekommen hat, sondern dass es wirklich etwas ist, was man einsetzen kann, womit man den Gegner dann quasi, ja, so zerstören kann, sage ich mal. Daraufhin hat David Wonder dann schon geschrieben, dass man so etwas gar nicht braucht, weil das Mothership schon stark genug ist, dass es die Leute zum Rage-Quitten und Ausrasten bringt. Das deutet dann quasi an, dass es in Black Ops 3 keine Nuke oder Moab oder irgendwas geben wird. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass es wieder so eine, ja, Nukleärmedaille quasi geben wird. Weil, ja, das hatten sie ja immer reingebracht, das kam auch gut an und das hat den Gegner jetzt quasi nicht geschadet, was ich auch an sich eigentlich eine ganz gute Sache fand, weil man hat selber eine Nukleärmedaille bekommen, ohne dass der Gegner jetzt dadurch direkt so ausgerastet ist und dann immer Rage-Quitten musste. Also das waren jetzt alle Scorestreaks, die momentan in dem Game sind. Wie gesagt, es werden mit Sicherheit noch welche dazukommen, aber das sind halt die momentanen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, werde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und das war's für heute. Haut rein, Leute! Das war's für heute.